Nach den Konzilsdokumenten ist es eindeutig, die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch. Und wenn sie nicht missionarisch ist, das ist jetzt eine der Konsequenzen, dann ist die Kirche noch nicht voll erwachsen. Und das gilt für viele Kirchen, Teilkirchen, Lokalkirchen, wie immer man das nennen will, das gilt für viele, wo das vernachlässigt ist, weiter als über die Grenzen der eigenen Diözese rauszuschauen. Und solche Kirchen, die sind meiner Ansicht nach, und nicht nur meiner Ansicht nach, sondern das lässt sich wiederum belegen, solche Kirchen sind irgendwie noch unvollständig, unreif. Ob die jetzt tausend Jahre alt sind, wie in Deutschland, oder vielleicht nur 50 Jahre, wie anderswo, das ist egal. Die können unreif sein, wenn das nicht der Fall ist, dass sie missionarisch sich auswirken in die Welt hinein, in die größere Welt und nicht nur für die braven getauften Leute dann noch ein bisschen Sakramente bieten. Das ist zu wenig.